Jetzt auftritt, es ist eine Band mit einem englischen Namen, das darf man wohl sagen. Der Titel heißt Foolish Man und die Band heißt... Wie heißt die Band? Montana Blue, ganz einfach, bitteschön, hier sind Sie. Applaus, 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 Applaus. Musik 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 Montana, Montana Blue, sorry. Kommt Jungs, wir gehen hier in die Ecke, ich möchte mich ein bisschen mit euch unterhalten. Wer ist der Chef bei euch, du? Wir sind drei Chefs. Drei Chefs, okay, frage ich den ersten Chef. Gitarrenmusik, wer hört sich das heute noch an? Wir, du und einige sitzen erstmal. Erfolgreich? Ja. Klar, sonst werdet ihr nicht hier. Ja, ich meine, alle machen Sintipop und so weiter, ich weiß nicht, ihr habt auch noch eine Frau da gehabt, ist das richtig, eine Frau mit einer Geige oder nicht? Ne, wäre schön, haben wir nicht. Schön? Kann ich euch eine besorgen? Ja, sure, please. Ehrlich? Braucht ihr eine Frau mit einer Geige? Mensch, ich finde es so duft, dass ihr da seid, wisst ihr das? Ich finde es gut, dass ihr da seid und dass wir hier mit euch Musik machen können, leider nicht die ganze Show, wir haben ja noch andere Gruppen da, aber ich möchte mich mit euch unterhalten. Wie lange macht ihr das schon? Wir machen das schon ewig, seit sechs oder sieben Jahren. Das ist noch nicht sehr lange, wenn man überlegt, dass manche Gruppen so 20 oder 25 Jahre dabei sind. Ja, was sind schon hier? Ich mache es, sagen wir mal, such dir was aus. Ja, ich weiß es nicht. Ein großes Geheimnis, ich verrate es nicht, ihr kommt aber aus Hamburg, stimmt das? Nein, wir kommen aus Köln. Siehst du, dann haben wir schon wieder ein Rätsel gelüftet. Bitte? I don't come from Cologne. Er kommt von Köln hier, das ist ja herrlich. Ne, du bist aus Osnabrück, du bist in Westfalen. No, no, no. Nicht? In viele Fälle? Norddeutsche. Norddeutsche, also doch aus Hamburg. Das ist aber keine Kölner Musik, würde ich sagen, oder westdeutsche Musik, das ist mehr, was ist es, irischer Pop oder so, also in der Richtung kenne ich mich nicht aus. Nein, nein, das ist ein bisschen beeindruckend bei den Soutern rock'n'roll aus Amerika. Ich komme aus dem Südstaaten, in den USA. Und wer schreibt die Songs bei euch? Wir zwei schreiben die Songs. Und du machst nur so mit nebenbei? Ich mache nur so mitnehmen, ja, ja. Ihr seid auch zu dritt, macht ihr auch Live-Gigs zu dritt, oder wie? Also, einen Freundin kommen noch dazu, wenn es lustig sein soll. Warum ist der nicht da? Ja, weil wir mit dem Fahrrad gekommen sind, weil es kein Hotel gibt, und weil er nichts bezahlt, deswegen ist keiner hier, deswegen bin ich ja hier, weißt du? Wir sind auch eine ganz gute Tocke jetzt. Das ist doch nichts, oder wie? Du verdienst auch nichts. Ich kriege ein Fahrrad von euch. Ja, wunderbar. Da verdiene ich etwas. Deswegen darf ich auch den nächsten Titel ansagen. Trains heißt der. Machen wir den jetzt? Okay, haut rein, Jungs. Viel Spaß. Gib Gummi. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020